Und weiter geht's! Ich muss ihn bannen in der Endiga, ach der Scheiße. Was möchte ich denn nicht haben? Wir sind zuerst dran. Ähm, ich möchte kein... Earthcrip? Ne, ich möchte kein Artanis sein. Ich hab kein Bock auf Artanis. Der Held ist für mich wirklich extremst nervig. Ich glaube, ich spiele Fallstart. Skytemple? Oh Gott, first pick Murky. Lass uns ne Runde fliehen. Falls doch noch mal wieder Tank spielen. Puh, oder Heal. Oh Mann, ich will nicht immer Tank und Heal spielen. Okay, wir brauchen Tykes. Was bannen wir? Was ist noch? Scheiße, Thrall haben sie schon drinne? Rega. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ich höre den Ruf. Ich bin hier, um zu helfen. Jena. Ich weiß für ein Abenteuer. Ich weiß nicht, dass ich da bin! Mir wär beides recht gewesen. Was können die noch gebrauchen? Die brauchen natürlich noch einen Supporter von Rega sind weg. Bleibt eigentlich nur ByteVang mit dem Global. Haymaker, ok. Peter, leite meinen Pfad! Kara Simo. Jetzt auch kein schlechter Pick. Mal gucken. Diablo wird mein Hauptziel sein, genau wie Rega, ähm, wie Fral und wie Kara Simo. Den Rest werde ich glaube ich nicht bekommen. Nur mit mehr Glück als Verstand. Ich denke wir haben ein relativ gutes Line-Up. Wir schauen mal. Ja, ja, ich mach's ja schon. Bereit hier für ein wenig Trubel zu sorgen? Na klar, Partner. Der Tempel öffnet seine Tore in... Zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei... Möge die Schlacht beginnen! No shit, Sherlock. Ach so. Wir wollen da falten, ich verstehe. Okay, wir wollen da falten. Du weißt, was Papa gefällt. Willst du mich schätzen? Willst du mich schätzen? Willst du mich schätzen? Mit sowas kann ich mich anfangen. Mit allem mitte... Wo bleibt das Zauberwort? Wo bleibt das Zauberwort? Mit sowas kann ich mich antworten. Mit allem bitte. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Mal gucken ob Diablo hochgeht. Geht er runter? Ja, ja, ich mach ja schon. Halt's Maul und sterben. Ich habe einen Plan. Oh, schade, eh? Schafft er ja wohl, easy locker Ich spiel mal so, so gerne auf Dauerfeuer, das ist so gut Dann bleibt das Zauberwurm Geht mir ein Bezwungen Oh, Spitzer Ihr seid nicht unbegabend, dann muss ich zugehen Geht schon klar Dann gehe ich in die Mitte zu Keltas Willst du mich schätzen? Du weißt, was Packer gefällt Du weißt, was Packer gefällt Alles gut Okay, das war jetzt mies Mit sowas kann ich mich anfreunden Alles klar, du Sesselpuper Nein Ich hab den Strall nicht kommen sehen Scheiße, ich war zu gierig Ich hab den Strall nicht um die Ecke kommen sehen Fuck Er kommt natürlich genau in dem Moment der blöde Strall nach oben Die pingen aber auch nix Die Deppeln Ich hätte aber auch selber gucken können Das ist ärgerlich Das ist sehr ärgerlich Vor allem war es total unnötig Falzer tut sich da oben den Du musst weg Du musst weg Der Strall kommt Das ist eigentlich ganz gut, wenn der Strall nicht da ist Ist er Diablo da? Ja, da ist er Ja Mann, ey, das gibt's doch nicht, ey Was mach ich denn hier gerade für'n Scheiß? Was ist denn das für'n Dreck, den ich hier gerade zusammenspiel? Warum geh ich denn da so tief? Ich weiß es selber nicht Ich hab keine Ahnung, was ich da gerade betreibe Ich bin zur Dieb gegangen Ich wollte unbedingt den Diablo wieder töten Du weißt, was du da getestet Schon wieder Hup mich da raus, verflucht Fuck, ey Ich bin gerade sehr sehr gierig Mit allen Mitten Oh, was sind die alle wieder in den Weg? Oh, was sind die alle wieder in den Weg? Ah, das war wieder knapp, aber sind die alle wieder in den Weg? Ich hab nur eine rausbekommen Du, dass ich hier älst Benutz dein Heilbrun Los, los! Oh, ich glaub das überlebt der oder? Ja locker Warum der auch den Pyroblas auf den Tank macht, ist mir unverständlich Mit allen Mitten Mit allen Mitten Oh Mann ey Wir spielen so eine Kotze zusammen Mit sowas kann ich mich anfangen Wir haben das Spiel super ungerürft Wir haben das Spiel super ungerürft am Anfang Wir spielen so eine Kacke zusammen Wir haben da gestorben, weil ich zu greedy war Weil ich einfach mit Gewalt Diablo wieder töten wollte Die Sonne in den Tempeln wird stärker Ach Mann Spielt ihr abends mit Pry? Ja, tut er Jetzt müssen sie erstmal Dechnung üben müssen Lass keinen dieser elenden Städlichen in ihre Nähe Sie bekommen die Sie vertreten Sie CAL phenomenon Das ist 반대로 Sie halten ów Sie Was Sie 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 Eines eurer Vorsicht liegt im Trümmer. Das war schon was Interessantes. Du weißt, was Papa gefällt. Das Licht verblasst. Bald wird es immer ein guter Kahn. Und mir hat man gesagt, ihr hättet was drauf. Der doofe Diablo ist leider davon gekommen. Oh, das ist ja auch Risky, der Dank zu geben. Ah, jetzt hat er schon gesehen, dass er da angekommen ist. Immer noch ein Level hinten. Oh, die machen den Boss. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Nee, machen sie doch nicht. Wieder nach hinten gegangen. Schick doch mal den Busch hier. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Oh, da ist er später. Oh, da ist er später. Oh! Hey. Oh, da lag ein Frust drin. Oh, da lag ein Frust drin. Das ist nicht mein Spiel. Das ist nicht mein Spiel. 6-13. Ich fixiere mich immer zu sehr auf den Diablo. Ich stehe immer Out of Position. Ich stehe immer Out of Position. So das dritte Mal, dass ich Out of Position stehe und dadurch denen EP schenke. durch meinen Tod. Aber das kann nicht sein, ey. Das ist... Ich kann Tykes viel, 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 viel besser spielen. Das ist echt widerlich, was ich gerade spiele. Ich hasse mich. Verfluchte Scheiße, ey. Wo bleibt das Zauberwort? Ich hasse mich. Das ist wirklich kacke, was ich hier zusammen schustere gerade. Volles Rohr. Mit allen Mitteln. Hier. Alls Maul und Sterne. Ganz sicher. Da war's. Mal's Maul und stirb'n. Die gewöhnen im Kampf. oh nein ja ich glaub das wird nix hast du Diablo, hast du das Spiel gewonnen ey wirklich nur noch Diablo Spinnenhelden ich bin enttäuscht von mir selbst ach man das macht keinen Spaß gerade nicht weil wir verlieren sondern weil ich einfach ein Dreck zusammenspieler zähne jetzt gehen wir da schon wieder alle hin du weißt was Papa gefällt na Rick Hild ja 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 wir holen auf! zeig ihnen wozu wir in der lage sind! lass doch den tank vor! lass doch den tank vor ihr Idiot! die laune geht nah! wir gehen jetzt einfach gut an! Hahaha, und wo war da jetzt das Problem? Was auf dem Boss war er? Ob er uns sterben? Weht schon? Wir gehen! Greift eure Zitadelle an! Ihr wird es langsam brenzlig! Ach das ist echt albern! Ist das scheiße ey! 6% hat er noch! Das wird hier Sonnenkintempel stecken! Schon bei! Den Boss hätten wir höchstwahrscheinlich sogar die Möglichkeit gehabt, ja die müssen jetzt ein Dings einnehmen, die müssen jetzt all in gehen. Oh, die kennen andere Male. Die gehen wohl glaube ich Boss oder? Ja, ja, ich mach ja schon! Die Boss sind sinnlich, die sind oben. All in oder nichts? Ja, Spiel! Brabio ist verloren! Ihr wurdet besiegt! Ah, fuck ey! Die ersten 15 Minuten einfach grobzen schlecht gespielt, weil ich zu gierig war. Ich dachte ach, es wird easy mit Tychus gegen Diablo und den Rest. Die Jaina hat sehr sehr gut gespielt, hat immer einen schönen OT hingesetzt. Das war kein gutes Spiel. Kein gutes Spiel, da will ich auch gar nicht die Leistung sehen, weil ich schon weiß, dass es nicht gut war. Na gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, da muss ich mich auf jeden Fall steigern. Also, bis dahin! Tschaui!